Vor 100 Jahren, nach dem Krieg, schufen unsere Gründer ein System, von dem sie glaubten, es würde für dauerhaften Frieden sorgen. Sie teilten die Gesellschaft in fünf Fraktionen auf. Unsere Welt kann nur dann überleben, wenn jeder seinen rechtmäßigen Platz einnimmt. Jeder wird getestet, um zu bestimmen, wer wir sind und wohin wir gehören. Sagt euren Familien, lebt wohl. Bist du aufgeregt? Nein. Ich hab Todesangst. Bereit? Deine Ergebnisse waren nicht eindeutig. Das kann unmöglich sein. Es ist nicht unmöglich. Es ist nur extrem selten. Du kannst deine Ängste kontrollieren und sie überwinden. Du bist eine Unbestimmte. Du passt in keine Kategorie. Sie können dich nicht so leicht steuern. Vertraue niemandem. Du musst dich in einer Fraktion verstecken, um zu überleben. Willkommen bei den Ferox. Initianten. Wir werden euch beobachten, um zu sehen, wer ihr wirklich seid. Es war ein Fehler, sich für die Ferox zu entscheiden. Sie werden es rausfinden. Ich weiß, was du bist. Du hast Höhenangst. Jeder hat vor irgendwas Angst. Du bist anders. Die Angst lähmt dich nicht. Sie weckt dich auf. Das macht dich gefährlich. Unbestimmte gefährden das System. Es ist erst sicher, wenn sie entfernt wurden. Sie wird mich töten. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Die Welt verändert sich. Du musst dich für eine Seite entscheiden. Mein Leben lang habe ich eure Regeln befolgt. Damit ist jetzt Schluss.